4.444 Abonnenten Hallo, hier ist der Ralf von Jotoland mit der magischen Zahl 4.444 Wir hatten vor einiger Zeit versprochen, dass wir zu diesem historischen Moment eine Buschbox aus Titan verlosen Jetzt waren wir die Woche über in Westernohe auf der Veranstaltung Leuchtfeuer 2018 im Leiterkongress von der DPSG, also dem größten Fahrtführendenverband hier in der Republik und ich hatte da sehr viel Spaß und sehr viel Freude, wenig Netzverbindung und ja, wenn ich jetzt hier quasi seit gestern wieder richtig zu Hause in unseren YouTube-Kanal reingucke dann haben wir diese Zahlen mit 4.444 Abonnenten tatsächlich geknackt und zwar da, wo ich nicht da war das heißt, es sind jetzt schon 4.467 dafür sage ich Dankeschön erstmal also einfach für den Spaß, den ihr mir bereitet mit diesen vielen Abos was mich motiviert, hier einfach immer wieder hinter sitze oder raus zu gehen und ein Video zu machen bei der Zahl, das ist einfach großartig also, herzlichen Dank für eure Unterstützung und dafür gibt es diese Buschbox aus Titan und zwar habe ich jetzt den Zufallsgenerator durch unsere Abonnenten durchlaufen lassen und herausgekommen sind die Pfadis in Bayach die haben selber ein paar kleine Videos bereits online schon 11 Abonnenten, vielleicht habt ihr ja Spaß die auch zu abonnieren da kann es sicherlich auch eine spannende Sache daraus werden also auch mir haben wir ganz klein angefangen und deswegen möchte ich jetzt einfach bitte den GUFA1 sich zu melden bei uns sei es per Mail, sei es per privater Nachricht oder stimmts irgendwo und mir eure Adresse mitzuteile dann kann ich euch nämlich hier diese Buschbox auch zuschicken also, mir bleibt wirklich nur für dieses Video einfach zu sagen dass ihr ein tolles Publikum seid und dass genau das letztendlich auch der Grund ist warum ich diese YouTube Videos mache einfach weil ich sehe, dass es euch gefällt und dass ihr Nutze daraus habt und ich mich immer freue einfach die Dinge hier so weiter zu geben die mich selber so umtreibe und ja ich freue mich wenn ihr weiterhin dabei bleibt wer noch nicht dabei ist abonniert unseren Kanal ihr seht es lohnt sich manchmal hier mit dabei zu sein und bis dahin sage ich Tschüss Euer Ralf von Jotoland